Stefan, was denn jetzt? Rechts oder links? Deine Entscheidung, die treffen sich auch heimlich ohne dich. Finale. Oh, ja, eine Bundesliga entscheidet sich alles am letzten Spieltag und das Trio mit vier Fäusten, Braco und Kahn, melden sich zum letzten Fight, ey. Vielleicht haben die die Aufgabe FC Bayern München auch ein bisschen zu leicht genommen, ne? Guck mal, ich bin ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ich lebe das halt nur nicht so aus. Hättest du dem Kahn und dem Braco gesagt im Jahr 1173, baum mal einen Turm in Pisa, hätten die beiden gesagt, was soll denn da schief gehen? Ich glaube ja, nach der Saison müssen in Bayern die kompletten Mathebücher umgeschrieben werden. Da gibt es eine neue Textaufgabe. Wie schaffen es zwei Leute mit nur einem Trainerwechsel drei Titel zu verspielen? Andi, pst, du kaufst ja auch ganz gerne mal selbst Blumen, ne? Weil du selbst immer so wie Scheiße baust. Ich mache, glaube ich, jetzt Freitag oder so nochmal einen alternativen Fan-Protest-Marsch zum FC Bayern. Ich komme zur Säbener Straße mit so einer Herde kleiner Schafe. Dilemma des FC Bayern. Ne, Stefan, dein Killer-Instinkt, der ist richtig überragend. Wer ist du ein Wolf? Du wirst beim Schafezählen einschlafen. Das eigentliche Dilemma beim FC Bayern ist, Uli Hoeneß räumt auf. Pinguine stoßen ihre Artgenossen auch ins Wasser, um zu schauen, ob da Feinde lauern. Wie soll denn das jetzt aussehen? Uli Hoeneß räumt nochmal auf. Heidi Klum kommt für Braco und Kahn. Aus dem Fußballklub wird ein Mode-Label. Oder anders gesagt, auf den Spuren des FC St. Pauli. Serge Gnabry und Leroy Sané dürfen dann endlich offiziell auf den Laufsteg. Und der FC Bayern ist endlich wieder Champions League. In Paris und Madrid. Also bei der Fashion League. Herrmann, wo ist denn deine Schokoladenseite? Hast du bestimmt aufgegessen, ne? Oder in Dortmund sprengt der Kampf um die Meisterschaft alle Superlative. 400.000 BVB-Fans werden am Samstag in Dortmund erwartet. Hotels kriegst du gar keine mehr. So eine Airbnb-Wohnung kriegst du am Borsigplatz für zwei Nächte. Achtung, kosten 1243 Euro. Dafür kriegst du nochmal in Dortmund ein Schloss mit 12.000 Quadratmeter. Für ein Jahr. Public Viewing wird es in der Stadt nicht geben, weil die Stadt Dortmund sich nicht mit den Rechteinhabern der Fußball-Bundesliga einigen konnte. Ja, sicher. Weil, die sagen, unser Modell beruht ja auf Abos. Mit der Wurst namen Schinken werfen, ne? Davon habt ihr auch noch nichts gehört. Guckt halt jeder in der Dortmunder Innenstadt das Spiel alleine auf dem Handy. Das ist auch viel geselliger, wenn du dann da stehst. Wobei, so wie ich die DFL kenne, rechnen die Nummern durch. 400.000 Menschen werden in Dortmund erwartet. Ins Stadion gehen 80.000 rein. Was machst du, ja? Die Anstoßzeiten, ne, für BVB gegen Augsburg sind dann 9 Uhr, 11.45 Uhr, 13.45 Uhr, 15.45 Uhr und 19.45 Uhr. Stefan, wenn ich dich hier spielen sehe, ne, dann wünsche ich mir, ich wäre ein Öko-Huhu, ne? Das ist jedenfalls die ganze Woche auf Gras. Ich glaube ja, die beiden Jungs, die den Namen des deutschen Meisters in die Schale eingravieren, die kommen auch aus München, konntest du ja jetzt serienmäßig einfach beim FC Bayern liegen lassen, das Ding, ne? Jetzt haben die Leute natürlich standardgemäß schon eintätowiert, da in die Salatschüssel, ne? Die zwei Münchner. Jetzt mussten sie das wieder wegmachen, jetzt soll Borussia Dortmund drauf. Da fragt der eine den anderen, ja, wie soll ich denn das machen? Sagt der andere, ah, nimmst einfach einen Hammer und einen Meisel und einen Nagelsmann. Sagt der andere, ja, das dauert ja ewig. Und dann meint der andere, ja, ist aber nachhaltiger und effektiver. Ja, und im Keller sind ja auch noch einige in der Verlosung mit dabei. Stuttgart, Bochum, Schalke, zweite Liga, Heidenheim, HSV. Ich sag mal so, wer sich auf den letzten Spieltag verlässt, ne, der guckt im Kino aber auch einen kompletten Abspann vom Film. Ja, und auf Schalke ist die letzte Hoffnung im Abstiegskampf. Im Spiel gegen Leipzig, Keeper Ralle Fehrmann. Kommt nochmal ein Extrakuchen in die Kabine, ne? Denn Ralf Fehrmann ist für Schalke 04 die letzte Geheimwaffel. Ja, und wenn der HSV das jetzt dieses Jahr nach gefühlen 18 Jahren nicht schafft, in die zweite Liga aufzusteigen, dann einfach bitte Bronzenwechsel, ne? Machst so eine Bäckerei-Kette auf der Reeperbahn und die nennst du Brotaufstrich. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der wollte letztens fürs Team einen Kuchen backen. Ist nix geworden, weil im Rezept stand, lass den Hefeteig nach dem Kneten gehen. Ja, und der ist halt bis heute nicht wiedergekommen. Was soll denn da schief gehen? Ne, Stefan, du hast doch so einen überragenden Killer-Instinkt. Nochmal. Wärst du ein Wolf? Du wirst beim Schaf... Wärst du ein Wolf? Du wirst beim Schaf... Nochmal. Stefan, wenn ich dich hier spielen sehe, ne? Na nochmal. Heidi Kuh... Heidi Kum. Kennen Sie die? Heidi... Heidi Kum. Heidi Kram. Das ist so eine Pornodarstellerin. Da wird wieder ein Extrakuchen auf Schalke in der Kabine sein, ne? Auf Schalke in der Kabine sein. In der Kabine auf Schal... Halt nochmal die Fresse mit der Blöden. Das ist wirklich cool.